Dieses Video ist ein stinknormaler Bericht einer Wohnwagentour von zwei Kindern mit ihrem Papa. Das Aufregendste dabei ist wohl unser Essen. Außerdem ist dieses Video nicht geeignet für Menschen mit schwachen Nerven, denn man sieht Radfahrer ohne Helm. Jetzt liegt es an jedem selbst, ob er weiterschaut oder nicht. Die Kalte, ein Grad hier im Schwarzwald und wir wollen mit dem Wohnwagen eine Tour machen. Aber kein Problem, weil wir haben eine Heizung im Wohnwagen. Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, wir gehen jetzt los, wir fahren in Hegau, hoffen, dass da gleich ein bisschen wärmer ist. Aber was ich so gesehen habe, vielleicht drei, vier Grad wärmer, das wird uns auch nicht viel helfen. Und das Erste, was wir da oben dann im Hegau machen, ist was? Die Heizung an! Genau, die Heizung an. Gehen wir los, ja? Auf geht's. Ja, warum gehen wir drei alleine fort? Sonst sind wir immer alle zusammengegangen, aber es hat einfach keinen Wert jetzt mehr hier mit alle Kinder zusammen. Es wird mit dem Wohnwagen einfach zu eng und deswegen haben wir gesagt, die Mama bleibt mit den zwei Großen daheim. Die unternehmen da was und wir drei, wir gehen auf den Campingplatz. So sieht es aus. Dann biegen sie rechts ab. Der Weg dahin zum Campingplatz ist nicht allzu weit. Wir haben so circa 100 Kilometer, 110 sowas. Wir fahren jetzt zuerst nach Lausburg, dann Rottweil. Und Rottweil gehen wir dann auf die Autobahn, auf die A81 Richtung Singen. Und hier hat es noch ein bisschen Schnee. Schön, oder? Wir haben die Fahrräder aufgeladen und wir wissen aber nicht, ob wir mit ihnen fahren, weil es so schneit und es so nässrig ist. Und kalt, gell? Ja. Aber Handschuhe haben wir auch dabei. Wir haben noch, äh, wir haben jetzt richtig viel Nebel. Und es wird immer mehr. Und wir haben noch 50 Kilometer zu fahren. Pinkelpause, bloß Pinkelpause. Wir sind da. Wir waren jetzt drin in der Rezeption. Wir haben Platz, was war es, D64, haben sie uns eingezeichnet. Und der Campingplatz heißt Hegi Campier. Sind wir mal gespannt, was es alles gibt hier. Jetzt erst mal auf den Platz und der Wohnwagen abhängen. Wir haben jetzt einen schönen Platz und bauen auf. Und schöner Platz. Ja. Ja. Wir können gleich zum Fußballfeld. Ja. 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 Ja weiter. Ja weiter. Ja weiter. Der Marvin tut die Holzplatte drunter und dann wird es gut. Ja super, ich brauche bloß nur überwachen hier. Die schaffen alle für mich oder auch für sich selber. Und jetzt gehen wir erst mal rein. Heizung anmachen. Ganz wichtig. Ist immer noch bitterkalt hier. Und ein kalter Wind weht. Da ist wohl der Schrank aufgegangen. Da sieht es böse aus gerade. Alles rausgeflogen. Zum Glück kein Glas. Ja. Jetzt müssen wir erst mal Ordnung machen. Wir haben alles aufgeräumt. Jetzt erst mal Heizung. Volle Granate. Wann schon. Oh Mann. Machen wir voll auf 10. So kalt hier. Auch meine Hände wärmen. Ich will meine Handschuhe wärmen. Wärme meine Handschuhe. So kalt hier noch welche drin als meinsch. Langsam wird es warm hier, das Nutella ist, oh je, gefroren, also das wird schwierig jetzt, ich glaube, das müssen wir erstmal auftauen, naja, auf alle Fälle trinken wir jetzt mal einen warmen Kaffee, die Kinder einen warmen Tee und ich sage, es wird langsam warm hier drin und angenehmer, ja. Aber das Nutella nicht. Das wird auch irgendwann schön auftauen, morgen früh zum Frühstück ist es besser. Melli, das reicht. Melli, ich krieg Angst vor dir. Also das Nutella ist so gefroren wie Schokobongs. Jetzt, wo es warm wäre im Wohnwagen, wollen die zwei hier erstmal den Campingplatz erkunden. Dann gehen wir halt wieder raus in die Kälte. Schauen wir mal was hier alles gibt. So, das Gebäude da vorne müsste Schwimmbad sein, wenn ich mich nicht täusche. Der Minigolfplatz ist hier cool und vor allem, weil da ein Looping ist. Wir gehen jetzt in Spielezeit, ich freu mich so. Ja. Ich war da oben, wenn wir die Schuhe ausziehen. Das sehen wir gleich. Ja. 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 Die zwei sind jetzt im Spielezelt beschäftigt. Gut so. Ist schon einiges geboten hier für Kinder. Um 15 Uhr gehen sie dann zum Kürbisschnitzen im Kids Club. Ja, heute Abend ist noch Kino, also einiges los hier. Und ich gehe jetzt mal in den Wohnwagen und trinke ein schönes kleines Gläschen Wein. Und genieße mal ein bisschen den Urlaub in der Wärme hier im Wohnwagen. Draußen ist es echt zu kalt. Das hat doch auch mal was, ne? Ja, der Wein ist noch ein bisschen kalt. Aber trotzdem auf die Ruhe jetzt mal im Wagen hier. Schöner Dornfelder. Zu kalt, aber der wird sich gleich anpassen. Das Einzige, was man hier jetzt gerade hört, ist die Heizung. Im Spielezelt war es gerade richtig laut. Ja, ich werde jetzt ein bisschen lesen. Und wie gesagt, 15 Uhr hole ich die wieder ab. Dann geht es gleich weiter zum Kürbisschnitzen. Ja. Und bei mir vielleicht hier an dem Fläschle ein bisschen nochmal ein Gläschen. Mal schauen. Zwei. Zwei. Ja. Theyhésitez. Haha Ja, wir haben nun Schweinefilet mitgenommen. Da werden wir jetzt ein bisschen das anbraten, bisschen Soße dazu machen, bisschen Nudeln und dann lassen wir es uns heute noch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir lassen es uns jetzt gut gehen. Marvin schmeißt gleich wieder alles runter. Und schmeckt? Fällt mir mehr. Schmeckt habe ich gefragt. Ja. Ich hoffe, man hört noch was von mir. Es regnet ziemlich stark. Das passelt den Wohnwagen so ganz schön. Ja, wir haben jetzt wieder alles aufgespült, alles eingeräumt, aufgeräumt. Die Kleinen sind jetzt wieder ins Spielezelt. Da ist Lasertag heute Abend bis 21 Uhr. 21 Uhr geht ein Kino los, Harry Potter. Da wollen sie auch noch hin. Danach werden wir dann abschwächen. Also ich sage jetzt mal Gute Nacht und bis morgen. Das wird gleich im Anschluss kommen, weil das gibt nur ein Video hier. Der ganze Herbsturlaub wird ein Video geben. So haben wir es mal geplant. Okay. Also bis nachher. Ciao. Ja, guten Morgen. Wir sind, naja, ein paar von uns sind schon aufgestanden. Der Marvin und ich. Melina steht jetzt gleich auf. Hier brutzelt schon unser Frühstück. Wir haben noch Nudeln übrig von gestern. Die tun wir jetzt anbraten. Schön mit Eier. Und das gibt unser Frühstück. Kaffee dazu und Tee. Und Gutes. Ja, wenn man das Video nachher so anguckt, sieht so aus, als ob wir bloß essen wahrscheinlich. Aber wir haben wesentlich mehr Dinge gemacht. Gestern, gestern waren die zwei beim Lasertag dann noch. Und dann beim Harry Potter Film, wo ich eingeschlafen bin. Genau. Die Melli ist beim Harry Potter eingeschlafen. Marvin hat ihn anguckt. Wann soll er dann heimkommen? Ich glaube erst halb elf. Also, schön hier am Campingplatz, gell? Ja. Ist viel geboten. Mal gucken, was heute für Programm ist. Auf alle Fälle müssen wir heute mal mit dem Fahrrad einkaufen gehen. Mal Getränke holen. Wo ist ein Laden? Hier im Ort irgendwo. Können wir Mineralwasser holen und so Sachen. Was? Niedel. Niedel? Mhm. Ja, es schneit jetzt mal wieder hier. Heute Nacht war ja schon Regen, Sturm, jetzt Schnee. Ja, ich werde mit der Melina jetzt mal zum Edeka laufen. Da werden wir mal Getränke holen. Vielleicht noch was fürs Mittag und Abendessen. Mal schauen, was noch geht. Und dann wahrscheinlich im Wohnwagen sitzen und spielen. Irgend so was. Ich bin zu faul und zum Einkaufen vergehen. Ich sitze lieber rum und zocke. Es schneit, es schneit. Schau dieses Video an. Kapit, Kapit, es ist so cool. Hier ist eine Offroad-Kartbahn. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal in die Herbstferien so schlechtes Wetter hatten wie dieses Mal. Ja, jetzt nehmen wir es halt wie es ist. Aber die meiste Zeit werden wir von dem Urlaub wohl im Wohnwagen verbringen. Oder am Spielezelt. Ja. Ich bin froh, dass wir im Wohnwagen da sind. Und nicht mit dem Zelt. Mit dem Fahrrad und dem Zelt. Oh, das wäre heftig jetzt. Noch 300 Meter ist zum Laden. Na, auf geht's. Bei dem Sauwetter. Ja, unsere Taschen sind voll. Wir haben voll viel eingekauft. Jetzt können wir wieder zum Wohnwagen und weiter kochen. Melina hat sich eine schöne Sternchen-Suppe rausgesucht. Sternchen-Buchstaben-Suppe. Sternchen-Buchstaben-Suppe. Also gehen wir weiter. Sternchen-Buchstaben Wir spielen nach dem Essen, Mensch ärgere dich nicht. Und wer ärgert sich am meisten? Ich. Nein. Doch. Der Marvin. Oder der Papa, gell? Nee, du hast beim letzten Mal gewonnen. Und es schneit, ja? Mhm. Aber hier im Wohnwagen ist es gemütlich, gell? Ja. Da kann man es aushalten. Ja. Unsere erste Radtour hier bei diesem Urlaub zum Laden. 1,5 Kilometer. Gehen wir los, ja? Wir müssen einfach nur Brot kaufen. Weckle. Weckle für die Würstchen heute Abend. Jetzt gehen wir los, ja? Ja. Vorher war mal kurz die Sonne draußen. Aber da habe ich geschlafen. Ja, die Kleinen waren wieder im Spielezelt. Jetzt geht es noch wieder Richtung Abendessen. So läuft unser Tag gerade hier. Oh ja, unsere Lieblingsbeschäftigung hier. In unsere Herbstferien essen. Es essen. Genau. Diesmal gibt es Swinale. Marvin, du hast Weckle, oder? Ich schneid's in der Mitte durch. Es ist doch schon geschnitten. Dann wie immer, guten Appetit. Und für morgen haben wir uns eigentlich eine Radtour vorgenommen. Morgen soll schöner Wetter werden. Und da wollen wir am Bodensee eine Radtour machen. Ich hoffe, dass es morgen klappt mit dem Wetter. Bis morgen. Wir essen jetzt in Ruhe. Und danach geht dir was? Ähm, Zähnebrotzen. Ja, das auch. In Kinofilm? Genau, ins Kino wieder. Und ich möchte nicht mehr einschlafen. Hier am Firmenplatz gibt es jeden Abend Kino. Super. Mini-Club. Habe ich ein bisschen meine Ruhe. Guten. Zum Moment, wir. Danke. Ja, und zum Spülen steht der Papa dann halt wieder alleine da. Ja, aber das ist okay so. Passt schon. Die sollen in ihr Kino gehen und ich habe meine Ruhe hier. Wir machen heute eine Radtour. Ja, guten Morgen. Jetzt zum ersten Mal frühstücken, spülen. Und ja, das Wetter sieht einigermaßen besser aus. Außer auf alle Fälle schwärmer. Und heute wollen wir dann mal die Radtour machen. Wir haben uns jetzt doch entschieden, hier eine Radtour zu machen. Ich habe in Autoactive eine Tour gefunden. Die ist so 27, 28 Kilometer lang. Heißt Panoramaweg auf den Ranten. Und so, ja, knapp 30 Kilometer kann man gut machen. Das werden wir jetzt angehen. Gehen wir los, ja? Ja. Wir müssen jetzt noch Wäckchen holen für unser Mittagessen. Jetzt sind wir hier in Tengen und schon auf dem Panoramaweg. Und als erstes soll es bergauf gehen, dass man auch Panorama kriegt. Ja, die Helme liegen irgendwo rum. Die haben wir nicht gefunden. Fahren wir halt mal ohne Helme. Aber die zwei fahren ja vernünftig. Das klappt schon. Da habe ich keine Bedenken. Ja, da geht schon mal ordentlich der Berg hoch. Wir sitzen schon wieder hier drin im Warm. Melina ist schon wieder im Spielezelt. Wir haben die Radtour ziemlich schnell abgebrochen. Erstens mal ging es viel bergauf, bergab. Und zweitens mal, es ist immer noch bitter kalt. Und dann hatten wir einfach keine Lust mehr. Und haben gesagt, wir hätten wir einfach fahren zurück auf den Campingplatz. Hier sind wir jetzt schon wieder. Und was machen wir? Wir denken schon wieder drüber nach, was wir zum Mittagessen. Okay, Marvin tut ein bisschen zocken jetzt wieder. Ist ja, Ferien, ist Urlaub, egal. Wir machen, was uns gefällt. Und fertig. Ist dir kalter? Ja. Wir haben gerade die Heizung wieder richtig angemacht. Jetzt wird es gleich wieder warm. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter mit nichts. Ja, guten Morgen. Heute ist Donnerstag. Unser letzter Morgen hier. Heute reißen wir wieder ab. Hacken wieder zusammen. Ja, gemacht haben wir eigentlich so gut wie gar nichts. Das heißt, ihr schon. Ihr seid den ganzen Tag hier unterwegs gewesen. Ich bin den ganzen Tag eigentlich nur rumgehangen, aber das muss auch mal sein. Ja, ob das Video je ein Video wird, was auf YouTube kommt, weiß ich nicht. Das entscheiden wir dann daheim. Marvin hat gemeint, kann man schon veröffentlichen. Ich auch. Du meinst das auch? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber wenn die zwei sagen veröffentlichen, dann tun wir es vielleicht veröffentlichen. Vielleicht. Ja, ihr guckt es vorher noch an und dann sagt er, nee, machen wir oder machen wir nicht. Okay? Wir machen es. Also gut. Und falls wir es jetzt veröffentlichen, dann sagen wir, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir zeigen dann vielleicht noch ein paar Bilder, wie wir den Wohnwagen wieder anhängen und wieder nach Hause in den Schwarzwald fahren. Den Hegau hier wieder verlassen, der Hegi. Ich möchte hier bleiben. Du möchtest hier bleiben. Ist dir eigentlich kalt, oder? Ja. Wir haben die Heizung hier an, hallo. Also gut, bis dann mal. Es ist jetzt 10 vor 10 und wir haben den Wohnwagen wieder dran hängen. Es ging relativ einfach. Wir haben einmal im Kreis drehen müssen, weil da, wo wir eigentlich raus wollten, war er dann inzwischen zugeparkt. Das heißt, wir haben den Wohnwagen einmal im Kreis drehen müssen. Ist mit denen zwei echt gut gegangen. Haben sie super mitgeholfen. Marvin hat da die Stützen wieder hoch dreht. Melli hat die Dinger wieder aufgeräumt, die unter die Stützen sind. Alles top. Ja, jetzt sollten wir sagen, wir beenden das Video hier. Wir sind jetzt da oben, wo wir gestern eigentlich mit dem Fahrrad hätten hoch sollen. Aber das ging echt hoch. Das ging echt hoch. Und deswegen sind sie froh, dass wir die Gästen abbrochen haben. Jetzt sind wir hier oben. Das sieht man auch runter zum Campingplatz. Sieht auch zu den Alpen und so. Richtig toll. Und wir sagen jetzt trotzdem, es fängt nämlich an zu regnen jetzt auch noch. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, lieber Rad- und Wanderfreunde. Genau. Und Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.